Hallo ihr Lieben, heute zu diesem Video habe ich ja schon etwas länger angekündigt, es geht um die Algen-Explosion in meinem 20 Liter Garnelen-Aquarium, was mir im Herbst oder im September letzten Jahres passiert ist. Und ja, da hatte ich ja der eine oder andere Weißes eventuell einen selbst kreierten Baum mit Moosbällen mir dort geschaffen in diesem Aquarium. Hat auch eine zeitlang wunderbar funktioniert und mit einmal ist halt ja eine Algen-Explosion passiert, auf Grundlage, dass sich die Moosbälle aufgelöst haben. Und wie das alles passiert ist und warum das passiert sein könnte, das möchte ich dir in diesem Video hier heute mit an die Hand geben, dass du daraus vielleicht auch deine Schlüsse ziehen kannst für die Zukunft, falls du auch Moosbälle in deinem Aquarium halten möchtest oder hältst. Und ja, ich werde das jetzt hier auch mit dir zusammen abbauen, das Aquarium. Und dann gibt es ein nächstes Video, wo ich denn eine neue Einrichtung mit dir hier zusammen gestalten möchte. Aber dazu später. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich riesig um einen Daumen nach oben freuen und gerne kannst du auch mal deine Ansichten dazu in den Kommentaren niederschreiben. Auch vielleicht Erfahrungen, die du vielleicht schon mit Moosbällen gemacht hast. Ich denke davon profitieren wir dann alle. Und ja, jetzt viel Spaß beim Schauen des Videos. Ja, ihr Lieben, und jetzt geht es los, die Reise mit meiner Algen-Explosion hier in meinem Aquaeil 20 Liter Karnierenbecken. Gerade jetzt hier schön zu sehen, wie es zuletzt ausgesehen hat. Das war tatsächlich im Dezember, jetzt letzten Jahres. Bevor ich mich denn entschlossen habe, okay, da gibt es keine Rettung mehr. Das muss leider abgebaut werden. Aber wie es jetzt dazu kam, das möchte ich jetzt hier mal kurz erläutern. Ich hatte ja da in der Mitte, ist jetzt kaum noch zu erkennen, einen Baum. Eine Wurzel mit diesen Moosbällen, die jetzt hier leicht noch zu erkennen sind, als Baum so kreiert. Das fand ich doch sehr schön für meine Bienengarnelen. Also das ist ja eine Mooskugel und die besteht ja hauptsächlich aus einer Grünalge, die Agagropila lineae, was für ein schwieriger Name, aber auch bekannt als Mooskugel und oder eben Cladophora-Alge. Ja und jetzt hier unschön zu erkennen, ist eben das Auswuchern, das Auflösen dieser Moosbälle eben leider ja im letzten Herbst oder Winter jetzt eben geschehen. Also grundsätzlich ging es los schon eben in den letzten Sommertagen im August letzten Jahres. Und ja, da war eben natürlich jetzt nicht so von mir gedacht, dass sich das so entwickelt. Was dazu beigetragen hat, zum einen ist, dass ich eben zwei Monate lang tatsächlich eben mich nicht um das Aquarium mehr gekümmert habe. Weder Wasserwechsel noch Filter sauber gemacht oder oder oder. Und das ist natürlich der erste Hauptgrund, warum sich das denn so in einem 20 Liter Aquarium denn eben schnell entwickeln kann. Deswegen immer meine Empfehlung, wirklich da dran zu bleiben, auch wenn es einem eben vielleicht mal privat nicht so gut geht, so wie es bei mir eben war. Dadurch habe ich das eben hier schleifen lassen und dadurch hat sich das eben hier tatsächlich so entwickelt. Ist schon eine kleine Horrorgeschichte hier mit dem Aquarium. Ja, die Bienengarnieren konnte ich allerdings vorher noch alle ein Glück weggeben. Die wären hier sonst allerdings wahrscheinlich auch eingegangen. Ja, und die Cladophora-Alge oder eben diese Moosbälle sind ja eigentlich ziemlich anspruchslos. Also die verzeihen ja wirklich viel. Ja, Temperaturen von 5 bis 28 Grad ist möglich. Ein pH-Wert von 6 bis 8 ist möglich. Wasserhärten auch von 2 bis 18 ist alles möglich. Also wirklich wenig Ansprüche sind eigentlich sehr gut für Garnelenbecken, weil sie eben auch viel Sauerstoff produzieren für die Garnelen und gerade bei den Bienengarnieren ist es ja auch wichtig. Ja, bieten halt viel Nahrung, also für die Garnelen. Also eigentlich eine schöne Sache. Allerdings gibt es eben eine Geschichte und eine Sache, warum sich dann so ein Moosball eben auch auflösen kann. Und das ist tatsächlich eben, wenn ein zu weiches Wasser und zu hohe Temperaturen herrschen, dann löst sich dieser Moosball tatsächlich auf. Und das war bei mir so. Ich habe hier sehr weißes Wasser gefahren mit den Bienengarnelen. Also ich hatte eine KH von 0 und eine GH von 5. Und ja, dann war es im Sommer hier ein bisschen über 30 Grad und schon ist das so leider passiert. Ja, jetzt beginne ich hier quasi das Aquarium abzubauen. Nimm euch hier mal ein bisschen mit. Und ja, das ist hier schon ein bisschen eine kleine eklige Sache, finde ich tatsächlich, das Wasser denn hier jetzt rauszulassen und diese Algen dann eben komplett abzusaugen. Allerdings ist das natürlich auch notwendig, wenn man jetzt solch ein Aquarium dann abbauen möchte. Warum habe ich mich dazu entschlossen? Ja, sicherlich Kladophora-Algen ist ja dem einen oder anderen schon auch ein Begriff, dass wenn man diese Algen im Aquarium hat, die bilden ja normalerweise so eine Fahnen, also ziemlich, sehen aus wie so Nähfahnen, denn so eine Strukturen sind ziemlich lang gezogen und wenn man sie einmal drin hat, wird man sie tatsächlich nicht mehr los. Da spreche ich jetzt eben auch aus Erfahrung. Viele andere Aquarianer haben diese Erfahrung ebenfalls schon machen können. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, hier ist keine Rettung mehr möglich. Da muss man eben dann leider auch ein Aquarium einmal komplett abbauen, ausräumen, reinigen und wie ich das jetzt hier gemacht habe, da möchte ich euch jetzt hier mitnehmen. Also zuallererst natürlich erstmal so gut wie es geht mit dem Wasser, was jetzt drin ist, eben natürlich die Algen so gut wie es geht absaugen, um dann eben erstmal zu schauen, okay, wie ist denn jetzt hier die Situation, was kann man vielleicht doch noch verwerten an Hardscape oder vielleicht sogar an Pflanzen. Allerdings, wenn man jetzt hier schon so sieht, das ist schon nicht mehr schön. Also hier ist eben eine Wurzel, das sind die Moosbälle, die sind komplett überzogen, eben mit dem aufgelösten Moosbällen quasi. Und das hat schon eine kleine Horroransicht, muss ich sagen. Sieht so ein bisschen aus wie kleine Aliens, die irgendwo wachsen, sage ich mal. Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn es nicht schön war, also das ist schon eine glibbrige Angelegenheit auch, ja, das denn jetzt hier so, ja, eben abzubauen. Ich musste denn halt hier mehrmals auch Wasser wieder nachschütten, damit ich dann weiter absaugen kann, die Algen. Und ja, da nehme ich euch jetzt hier mal so ein bisschen mit, ne, habe jetzt hier das erste Mal nachgekippt und dann wird es jetzt eben hier weiter quasi abgesaugt soweit. Und ja, die Cladophora-Alge habe ich leider, weil ich ja, also da kann ich auch nur jedem raten, wenn ihr mit Pinzetten im Aquarium arbeitet, wo solche Cladophora-Algen eben, ja, passieren, eben sich ausbreiten, dann benutzt bitte diese Pinzetten oder Scheren etc. nicht in anderen Aquarien, da ihr tatsächlich diese überall mit sofort einschleppt in die anderen Aquarien und dann auch dort die Cladophora-Alge sich leider irgendwann zeigt, denn sich ausbreitet und dann habt ihr auch dort eben, ja, es ist wirklich schwierig, diese Alge zu kontrollieren und loszuwehren. Es gibt natürlich verschiedene, ja, Varianten, wie man sie vielleicht doch loswehren kann. Ja, da streitet man sich ja auch oft in den Medien, was nun tatsächlich hilft, ne, also ich persönlich entferne jetzt in meinem 30 Liter Aquarium, habe ich diese leider mir eingeschleppt durch eben, ja, das Handhaben, dass ihr eben nicht machen sollt, ne, eine Pinzette in mehreren Aquarien benutzen und nun hole ich die da halt ständig raus, ja, also da bin ich dann wirklich jetzt auch dran, dass ich dort wöchentlich quasi diese Algen mit einer Pinzette eben immer raushole, aufwickele quasi auf die Pinzette, ja, und dann eben versuche mit regelmäßigen Wasserwechseln diese Alge irgendwann loszuwehren, aber bisher ist mir das leider noch nicht gelungen. Ja, jetzt hier zu sehen, noch habe ich jetzt das Hardscape so weit entfernt, die Steine sind noch auch entfernt, jetzt versuche ich hier noch den Rest an Bodendecker, ja, meine geliebte Lia Iopsis Prasiensis musste jetzt da auch weichen, also auch diese konnte ich hier natürlich so nicht retten, ganz klar. Ja, ja, meine Lavagestein ist noch drinne und jetzt hier seht ihr noch die letzte überlebende Bienengarnele, die habe ich wahrscheinlich denn in diesem, ja, Algenwuchs denn übersehen. Ich habe sie jetzt hier in meinem 30 Liter Aquarium, wo meine Bloody Mary Garnelen drin sind, mit reingetan, damit sie da denn jetzt noch die restliche Lebenszeit genießen kann. Die anderen, wie gesagt, habe ich, ja, abgeben können noch, ein Glück, bevor sie wahrscheinlich dann alle hops gegangen wären. Also, da kann ich euch beruhigen, da ist nichts zu schaden gekommen an Tieren. Ja, jetzt die zu sehen, hier sind noch diese zwei Gesteine, Lavagestein, also roter Lavastein und ja, eigentlich wollte ich diesen denn vielleicht auch benutzen in meinem neuen Layout, was ich denn jetzt hier denn im nächsten Video ja auch mit dir zusammen einrichten möchte. Da habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, aber dazu jetzt erstmal nichts weiter, sondern das kommt dann, ja, in dem nächsten Video. Könnt ihr euch schon freuen. Ja, den Bodendecker habe ich natürlich hier komplett entfernt, ja, einfach denn ganz grob, ja, mit der Hand quasi rein und raus. Das ganze Zeug, ja, dem Bodengrund hier abgesaugt, auch mit einem Schlauch immer wieder Wasser nachgekippt und neu ausgesaugt, dem Bodengrund. Diesen habe ich natürlich auch komplett entsorgt, weil den kann man tatsächlich dann auch nicht mehr benutzen. Ja, 20 Liter sind nicht viel, wenn man hier vernünftig jetzt das Aquarium reinigen möchte, ja, sollte man dann frisches Wasser reinkippen. Hier so einen ganz normalen Hausschwamm kann man super benutzen. Der hat eine, ja, raue Fläche, wo man die Scheiben und die Eilen gut entfernen kann und eine weiche Fläche für die weichen Sachen und hier die Zahnbürste. Ja, habe ich mich dazu entschieden, auch eine zu nehmen für die Kanten und Ecken. Und hier Easy Carbo, das kennt ja der eine oder andere, nutzt man tatsächlich, um halt auch Algen, irgendwo gerade Grün-Algen auch, ja, abzutöten. Und das war jetzt eben mein, wie soll man sagen, so ein Hausmittelchen, ist ja im Prinzip ein Desinfektionsmittel, wird ja auch in Krankenhäusern benutzt, teilweise eben, ja, hier das eben auch einzusetzen, um dieses Aquarium quasi restlos von allen Sporen zu entfernen. Denn so ist eben meine Überlegung dabei. Und, ja, jetzt habe ich hier erstmal die Grundsachen mit dem Schwamm rausgeholt. Also, die Cladophora-Alge, die sich jetzt hier so an den Glaswänden, ja, abgesetzt haben, die sind tatsächlich jetzt nicht eingefressen, die waren wirklich ganz, ganz locker drin, also das ging wunderbar. Also, da kann ich euch nur sagen, da ist keine Schwierigkeit bei, diese abzubekommen. Und jetzt habe ich hier eben das Easy Carbo mir eingefüllt in den Messbecherchen, was ja da in der Verpackungsflasche mit dran ist. Und habe jetzt hier die Ecken und Kanten damit erstmal bearbeitet, damit auch dort alle möglichen Eigensporen eben abgetötet wären, absterben können und da eine Grundreinigung quasi von diesem gesamten Becken dann auch geschehen kann. Das ist so meine Überlegung gewesen. Habe jetzt dann natürlich immer wieder Wasser abgelassen und wieder neu reingemacht. Jetzt macht jetzt hier der Stand, dass ich eben komplett abgelassen habe, um jetzt nochmal mit der Zahnbürste direkt, ja, mit dem Easy Carbo jede Wand quasi zu bearbeiten, wirklich Stück für Stück, habe ich das denn jetzt hier so getan. Ja, und dabei denn natürlich immer schön gründlich vorgehen, ja, also jetzt hier im Zeitraffer natürlich zu sehen, um euch nicht zu langweilen, wirklich gründlich jede Scheibenseite quasi, ich habe es jetzt hier mit der Zahnbürste gemacht. Sicherlich kann man das auch, ja, mit einem Schwamm machen, allerdings wollte ich wirklich hier jede Ecke auch gut erreichen und so, dass denn, ja, dieses Mittel eben überall auch gut einwirken kann. Ja, und jetzt seht ihr hier quasi das cleane Aquarium. Ich habe jetzt auch die weiße Rückwandfolie, mich dazu entschieden für das neue Layout. Ja, und dazu seht ihr dann nächste Woche mehr. Ciao!